Angelina Jolie wird Studenten einer Londoner Uni zum Thema sexuelle Gewalt in Konflikten unterrichten. Sie hatte bereits 2012 die Initiative Preventing Sexual Violence in Konflikt mit ins Leben gerufen, um sexuelle Gewalt gegen Frauen in kriegerischen Auseinandersetzungen zu verhindern und 2014 eine weltweite Konferenz zum Thema initiiert. Fortgesetzt wird die Kampagne nun mit Gastprofessuren im neuen einjährigen Masterstudiengang Frauen, Frieden und Sicherheit an der London School of Economics. Dieser Kurs ist bislang weltweit einzigartig. Angelina, die ja bereits UN-Sonderbotschafterin ist, wird Vorträge halten und an Workshops und öffentlichen Events teilnehmen. Es wird um Geschlechterthemen, Militarisierung und Menschenrechte gehen und die Studenten werden selbst zum Thema sexuelle Gewalt in Kriegsgebieten forschen.